Willkommen zu einem Let's Play Hero Zero. Heute mit dem Serverstart, gestern mit dem Serverstart von S4 von Hero Zero. Ja, und ich habe mich nur entschieden, dass ich hier jetzt brenne und mich so durchsparen wie möglich. So, da ist jetzt gerade das Training vorbei. Da machen wir eben noch einen Kampf. Gucken, ob wir ihn schaffen. Ja, müsste machbar sein. Und da gewinnen wir sogar auch. Und am Anfang ist es sehr wichtig, sich ein Team zu suchen. Ich habe jetzt eine gewisse Team bekommen. Eiszeit habe ich besser bekommen. Konnte ich noch rein, konnte ich schnell Alu machen. Und was eben ganz wichtig ist, dass irgendwer 50% Muster, damit man die Pests eben schnell schaffen kann. Oder wenn es eben noch ein gutes Team wichtig ist, dass man gleich viele Muster einspenden, damit man auch viel ausbauen kann. Ja, Spendenmarathon und Beratmaterialien. Ja, und auch ein ganz angenehmes Ziel. Ich möchte noch ein bisschen. Das ist etwas Brauchbares nachgekommen. Ja, das ist etwas Brauchbares nachgekommen. Ja, aber... Ja, aber... Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, ich kann noch ein... Ja, das ist ein Spiel... ...schleudern. Oh... Oh... Ob ich jetzt sogar noch ein... Irgendwann bekomme... Auszeichnung. Ich habe mir bloß geschmolge Blumen. Oh... Aber das hätte ich auch... Oh... Wohlfach von Pinnig gewaschen werden. Ja, das ist schon so schön geworden. Ja... Ähm... Wenn es demnächst weitergeht, kann ich auch hier... Sonder-Einsätze zeigen. Team-Kämpfe. Weil jetzt ist gerade mal nicht so viel zu zeigen. Mach ich noch ein paar... Und so... Dem kann ich auch noch ein bisschen zeigen. Wie viel ich schon geschafft habe. Ja... Da habe ich auch schon damals geholt. Und man muss auch ganz schnell da aufmachen. Man muss ganz schnell die... Die da nicht aufstehenden... Machen wird. Ungefähr klinisch streichen. Haben sie jetzt. Und der Donut. Ja... Nicht eben. Ja... 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 Mit Google habe ich Ihnen hier angeschrieben. Da habe ich nichts eingeladen. Da habe ich nichts eingeladen. Ja... Da sind auch gut dabei. Ja... Es ist jetzt hin, von denen ich schon zwei Mal kam. Ja... 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 Und spreche ich jetzt zur Zeit an für den nächsten Spendenorten. Um eine... Teaminterne... Wache... Um beratet zu werden. Also versuche ich das mal zu... Irgendwo... Ja... Und dann... Bis zum nächsten Mal bei HeroZilo. Bis zum nächsten Mal.